Wenn ganz überraschend Besuch kommt, gerät die kluge Hausfrau nie in Verlegenheit. Sie greift zum perfekten Schnellgericht zu Carnito, konzentrierte Tomatensuppe mit Rindfleisch. Im Handumdrehen ein fertiges Gericht für Feinschmecker. Die Mitropa verwendet Carnito als kultivierte Vorsuppe. Die Vollendung eines guten Gedecks. Carnito. Sonnengereifte Tomaten, kräftiges Rindfleisch, frisches Gemüse und Kräuter, duftender Paprika, reiner Traubenzucker und feines Tafelöl. Das ist Carnito, eine Kreation von Koinecke.